Der spirituellen Name Gadhadhara. Gadhadhara ist ein spiritueller Name der Aspiranten gegeben wird, die das Mantra Om Namona Raya Naya haben. Gadhadhara bedeutet denige, der eine Keule hat. Vishnu hat in seiner rechten unteren Hand eine Keule. Der Gadhadhara hat eben eine Keule. Wenn du Gadhadhara heißt, heißt das, du hast die Fähigkeiten von Vishnu und du willst dich einsetzen für die gute Sache. Du hast alle Kraft, die du brauchst, denn du hast letztlich die Kraft von Vishnu. Und selbst wenn du dich zwischendurch wach fühlst, weißt du, im entscheidenden Moment wird Vishnus Kraft in dir und durch dich wirken. Als Gadhadhara hast du natürlich auch eine besondere Aufgabe. Diese besonderen Kräfte und Fähigkeiten, die du hast, solltest du nur für das Gute einsetzen. Und du solltest verantwortungsvoll damit umgehen. Sei dir also bewusst, du hast große Kräfte, große Fähigkeiten und Gott wird durch dich hindurch wirken. Setze diese Kräfte und Fähigkeiten zum Wohl anderer ein. Und du solltest, du hast die Kräfte, große Fähigkeiten zum Wohl anderer ein.